Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Rainbow Hi Freunde Rainbow Leo mach mal ne Anmod, komm Ja Hallo Das war gut Mach mal ne Anmod auf Russian, Alter Auf Russian Style Ja mach mal ne Russian Style Anmod, Leo, komm Eh, das kann ich nicht, das Da braucht mal Vorbereitung Wie lange denn? Previert Drei Wochen Dafür brauchst du ne Vorbereitung Drei Wochen Previert, dafür brauchst du ne Vorbereitung Tobi Söblich Tobi Wann das trinken nicht? Ne weign, was nicht Neue Anmod, warum? Gibt es noch zuppeln? Aber zuppeln doch Tobi Willst du noch zuppeln? Willst du noch zuppeln und ne bist du mal zuppeln? Willst du noch zuppeln und ne bitte zuppeln oder was? Ja geil Ja geil Und nehm, Cargo W allen anfassen oder nicht? Boah Das ist der Tobi Im Strip Club Sagt die Päulze Den ist wohl die Päulze in die Cherbo Wir haben noch einen Point mitholen? Einen Point. Point of whiff. Okay, eure Drohne geht wieder. Sorry. Nice, Alter. Geil, was hast du gemacht? Jetzt ist es kaputt. Wir haben eine Mute. Wir haben Mute und wir haben... Es sieht eher so darauf aus, als würden die da unten alle sein. Hä? Was ist das denn? Außenschuss das Auge? Ich hab ein Auge, Alter. Die Klasse nehme ich jetzt immer drauf. Hä? Hä? Was macht ihr denn da? Ist doch auch echt ein Ziel, ne? Ja, wenn ihr da rauskommt dann... Dann zack. Ne, so schnell geht das. Muss ich jetzt echt hier so hinlegen, ey. Wenn ich das jetzt hier markiere mit meinem Ding ist... Ne, ihr seht das nicht... deinem dingens ja schon schon alles zu alter von der mann mal los hier nichts machen oben liegt einer zu holen okay i can see you daddy oben von oben Da unten liegt auch eine hinter dem Schild. Alles klar. Warte, amortieren. Die wird jetzt gefickt. Okay, die AUG ist auf die Entfernung echt scheiße. Habt ihr den hier? Hä? Ich kann es normal machen, Curry. Ne, ich habe nichts mehr. Ah, okay. Hä? Nice, Tobi. Da war einer links, glaube ich, ne? Ja, ja. Und der ist tot, oder? Ne, ich glaube nicht. Doch. Nice, Tobi, was ist los? Ich weiß nicht. Lass die anderen von der anderen Seite erstmal kommen. Bei euch da vorne ist einer im Gang drin, ne? Hä? Ah, hier links in der Ecke. Fuck. Nice. Komm schon, Dennis. Der ist hier im Raum drin. Hier. Warte. Der ist rausgerannt. Der ist rausgerannt. Ah! Nice. Quickscope, Allah. Guck mal, ohne anvisieren. Guck mal. Geil, Allah. Gucken. Hammer. Aber ich glaube, der hat sich selber... Wenn... Wenn man... Wenn man... Wenn man selber... Was? Ne, der steht da nicht. Der kann in seinem Raum stehen. Was hast du gesagt, Tobi? Was? Was hast du gesagt, Tobi? Alliance Network. Ach so. Was ist damit? Weiß ich nicht. Ask. Ask. Ach schön. Ich freu mich schon auf morgen früh, ey. Was ist denn da? Erstmal um halb sechs aufstehen. Boah. Was ist denn mit dir? Ey, warte. Komm ich nicht mal die Westen mit dir. Bonze, also... Tobi, Alter. Die Westen, oder was da? Ja, jetzt prima Westen bin da, oder was? Tobi, Alter. Wäre ich nett von dir. Na klar. Thumbs up für Tobinator. Thumbs up, Alter. Thumbs up, Alter. Boah. Ab geht's. So, ich hab die Westen mitgebracht, Jungs. Ja, naja, pack' mir aus, die Butzeles. Bedient's euch. Hat jemand Stacheldraht? Da kann er gerne platzieren, wo ich dann Fallen reinmachen kann, wenn er will. Ich hab'n Schild mal. Oh, hier, Schild auf. Oh, hier, Schild auf. Der Gegner haben den Bio-Gefahrgut beherriger lokalisiert. Oh, hey, hier, hier! Watt! Ups! Was ist'n da für'ne Drohne, Alter? Ich glaub' ich stell' das Schild hier hin. Schild'n Sekundenschutz. Finde die Westen, da. Finde die gar nicht. Finde die gar nicht. Hä? Die hat'n den nur angezeigt. Ne, die sind kaputt. Die sind aufw. Ja. Wie war das denn? die locken tobi locken wer hat locken wolle peter noch so ein paar leute was mit johannes mit dem bekerner und ich bin schon wieder fest dieser scheiß doch doch ich brauche hilfe ich komme ich komme ich komme ich komme okay bitte schließt mich ab noch mal bitte ich danke dir kommt auf jeden fall noch einer im cockpit aus von der treppe können mit dem cockpit mit tobi aufpassen ist da oben einer brunze dort der fährt gerade mit der cam rum jetzt hat er dich ja gut aufbild aus ist natürlich ins cockpit reinfahren müssen egal ist egal der wird sich jetzt von oben durch sprengen bei oben zwei stück sind das ja 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 schafft der jungs kommt der fluss mann scheiße du musst jetzt bin alle kann der kann ja gar nicht rein also bei tobi tobi oben drüber kann das ja genau dafür nach der dreimal denkt noch mal schießt schießt der kommt runter der kommt runter bestimmt 100 pro da hinten da kommt einer aus dem geraden gang heraus und rechts von die oder vor alter alle drei alle zwei leute zwei leute hier vorne wo ich gestorben langsam und zu langsam langsam und zu langsam ja einer ist in der falle da dahinter der andere ist hinter dem direkt hinter dem bäm noch einer du musst vereinbaren muss ja nein ja nein der schrug bernd akka brulings berns akka double bernd aller er und sein holz aller nicht einmalen bronx und sie kommen hier im flotten johala ist doch wahnsinnig der typ das kann nicht sein aber wir haben schon der 6 uhr morgens krass ja das ist wirklich krass ne kommen wieder drei tage später oh war warte wo ist er jetzt in der bunze ich weiß ja auch nicht denn jetzt bernd bist du etwa weg ja und danach davor narkos und des netten survivor mal davor narkos und danach des netten statt alle noch einmal du hast dir des netten vorgeguckt ne noch nicht ey alter enttäuschung des jahres und ich habe ja nicht verpasst ich sehe es noch später ja klar für dein netflix aber schon wie kannst du den netflix gucken ja echt gucken sag doch mal also hast du abonniert oder was ich hab dich aus dem torrents forum ich hab dir aber angemeldet echt hast du angemeldet ja mit welchen was für sachen denn der bonze schickt der bonze hat zu netflix so nen harzerschein geschickt weißt du wie du beim essen abgeben kannst so ne netflix marke alter was habe ich was habe ich gegen arme menschen ich ja klar das vermag die auch immer ja das hat sie direkt was dagegen ich sitze immer beim arbeitsamt und warte bis die alle kommen und dann immer du bist auch kein beitrag für die gesellschaft wir wissen nicht wo die sind oder doch unten cargo das ist glatt meine drohundersacht wird das stimmen die schüsse fahren sie mal vormann damit die china die schüsse wird schwer doch mal weniger oder wenn man sich immer mal haben kommen hier ist nichts glauben die rohne nee das ist kargo bereich ja 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 da ist eben auch mal der meinte leute ja wir haben auch mutter na ja hier ist jetzt genauso wie eben abgesaded alle wieder so ich pass auf oben verpuffelt ich weiß nicht ob da jemand steht oh jetzt ein kraft wird vanille füllung hey Willkommen zu Tobis Essens-Tipps, die hier unten war, ne wär doch echt geil so, ach Fick, ach warum steht der, der ist ja immer so schnell, hier oben safes keiner ab, Kap kann ganz hinten, Kap kann ganz hinten, Pass auf das sind Echo Leute auf dem Gang ne, wir müssen eigentlich auch noch hier von hinten kommen oder so, Ich geh auch mal hier geradeaus durch, von der Seite kommst du eh nicht rein, glaub ich, gute Idee, ich geh mal von ganz vorne, Alter pass auf, da müsste einer sein, Brunze noch, oben ist safe, oder? Ja, ganz safe, bis jetzt ja, bis jetzt ja, Guck auf, hier ist einer, Vorsicht, was denn, hier ist einer, Curry, wo ist der, der muss hier links irgendwo sein, kann hier jemand aufmachen, hier die Stelle, ja, 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 warte, markiert mir mal grad, wo die sind, bitte, 46 Sekunden, Da ist gerade einer gerannt unten, Ja, 30 Sekunden, Guck, 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 komm, Ja, go, 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 Ja, wo seid ihr denn? Ich geh runter, ich geh runter, Boah, achso, boah, ich dachte gerade, Komm runter, Tobi, komm runter, Ja, hier sind die, genau hier, Fuck, ich bin besoffen, 18 Sekunden, ich kann grad nix machen, Leute, Was? Zehn Sekunden, Leo, rein, 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 oh mein Gott, rein, da, rein, da, rein, da, kann ich mehr, Oh, schade, Ich hatte da die Kamera, deswegen, ey, ich glaub, das soffn, man, Jetzt wieder schön verteidigen, dann geht das, Beine immer, Alter, das sieht immer so ekelhaft aus, Das sieht immer so ekelhaft aus, Bisschen Masupilami, ne, Masupilami, 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 Na gut, denn das hat eh keine Kindheit, Okay, ich mach mal ein bisschen Rauch, dann können wir uns ein bisschen Zeit verschwaffeln, Das ist traurig, Tobi, Nato, dass du das sagst, Dabei sind wir beide an der gleichen Müllhalde aufgewachsen, Ey, dieser Raum ist echt gefährlich, warte mal, Am besten spielt sich mit Fruchtzwergebechern, Aber ne, der geht, der geht, alles gut, Hier ist richtig Bock auf so'n, So'n Krapfel mit Vanille füllen, Apfel-Krapfel wäre jetzt geil, Apfel... Hä? Das ist ja ein Apfel-Krapfel, das ist ja... Da musst du einschlägige... Der Zapfel, Tobi, Mann, da muss der einschlägige... Der Apfel, der Krapfel, der Zapfel, der Wapfel... Der Kipfel, der Krapfel, Wapfel... Der Tobi, das Jahrhundert, das schwerereignisreiche Ding... Hast du überhaupt Hobbys? Ne... Ne, ich zock mit euch, das reicht eigentlich schon, ne? Ja eben... Nur genug... Verpässt dich mit deinem Handy... Mit deinem Handy... Oh mein Gott... Leute... Das können wir ja gebrauchen jetzt, ne? Oh mein Gott... Hast du... Hast du... Ne... Tobi, tumme leid... Tumme leid... Zack... Tumme leid, Tobi, Mann... Tumme leid... Wart keine Absicht Tobi... Ja, ab geht, komm... Tumme leid... Vorsicht jetzt, Leute, ne... Wegen Sniper und so... Ja, ja, ja... Und Spassel... der raum ist meiner mit leo kam jetzt alter nur hauptgang oder was sind bei mir sehen wir haben sniper ist oder sowas keine ahnung immer schießt auf mich das ist ja noch kein sniper gehört okay einer ist aber der dings ist mega angehittet ja ich bin unterwegs ich gucke nur gerade weiter leo ist gut du kannst eigentlich abfangen ich gucke mal kämpfer platziert hier ist bei euch ist alles ruhig rechts von hier ist ja hinter dir leo pass auf kommst du wieder oder ja ich komme kopfbild aus oder was hier ist auf jeden fall einer bei mir jetzt links juli links nice der ist da bleiben sollen wir jetzt nicht gecheckt haben es wird wieder spannend leute muss jetzt schnell zugreifen musste gerne ist um flugzeug sehe ich hätte auch mal wieder bock zu fliegen man ohne witz wir waren sie wieder letztes mal nach london das war ein innern kurie das stimmt das recht man die möchte ich nie missen b2 von den panzer im garfunkelsee boah zweimal sogar am tag mit dem einen pancake soße da war einfach eine schöne zeichne 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 so ausgiebig habe ich noch umgelacht so achso wo sind sie hier oder was ich hab's denn man ich hab sie gefunden bei landu bei landu bei landu amios adios adios es ist ja loco ich gehe wieder raus die pappapparaboo ich hasse den mute ich hasse den mute ich hasse den mute ich hasse den mute Ich hasse den Mute, Sweet Caroline, oh oh. Okay, warte mal, da wurde instant was beschädigt. Machen wir mal hier Sniper-Action von vorne, alle kommen. Watch out, Tabinator. Hast du geschossen, Tobi? Nein. Kameras rein, I'm go. Brunze guckst du nach links noch weiter. Hier ganz vorne ist noch keiner. Hier oben ist das Ding offen, da ist der linke Raum frei. Guck mal, da oben ist offen, Leute hier, ne? Nicht, dass da einer runterjumpft. Der linke Raum ist komplett frei. Tobi, hier ist offen, ne? Pass auf. Da ist einer, rechts ist einer in der Ecke. Versuch den mal eben, warte. Okay, mal versuchen wir uns mal. Der hat da eine Ecke quasi, weißt du? Quasi. Vielleicht kommen wir hier auch von da rein. Boah, Mistau, Alter. Tobi, das ist einfach eine Ecke-Granate. Tobi, das ist einfach eine Ecke-Granate. Tobi, das ist einfach eine Ecke-Granate. Äh, ich meine ja. Nice, Brunze. Hier ist noch einer, vorne, vorne. Habt ihr den? Oh, hier links ist noch einer. Links ist noch einer. Alle nicht schießen? Päpfe. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Vom Gang wird gleich auch einer. Oh, alter, alter Versorgung. Der ist von oben, das Gift. Ne, guck an, am besten. Ja, der wird da gleich lang kommen, vom Gang aus. Hab ihn? Hab einen? Hä? Der ist untergesprungen. Ach so, ja, der hat genau das gemacht. Das war der Smoke die ganze Zeit. Geh den, geh, äh, Tobi, du kannst den Leo... Ah, lass den lieber. Ist zu risky. Ja. Soll ich gucken, eben? Links, Tobi? Ne, ganz ruhig. Eins gegen eins jetzt. Ne, es leben noch zwei von denen. Boah. Tade, Mann. Die Drecksau da hinten. Ah, wir geben das gerade aus der Hand, ey. Ey, wir, ja, gut, es war immer, äh, abge... Ne, ne, wir haben 2-0 geführt. Ja. Jetzt einfach 2-mal gewinnen. Einfach ist gut, ey. Na eben. Ja, da müssen wir uns aber auch konzentrieren, ne. Gerade eben alle... Okay, Bernd. Sonstroda, im Nirvana und so. Hüt' mir jetzt richtig. Müssen wir da unten nehmen. Was denn? Ne, unten waren wir noch gar nicht, ne? Weckraum auch noch gar nicht, ne. Können wir auch mal machen. Probieren. Da kann man auch gut alles up-safe, und dann nicht... Ja, ja, ja. Ich bleib auf jeden Fall da. Also, wenn ihr ein Pflaster braucht, sag Bescheid, Freunde, ne? Das ist nicht. Oh, Tobi mit Puls, das kann eigentlich nicht schief gehen, ne? Wenn der Tobi da einmal den Puls auf... Den Puls... Den Puls auspackt, dann geht es los, Alter. Geht es einfach los, Alter. Und jetzt schon entdeckt, ey. Das geht doch nicht. Das kann es sein. Oben einer. Hier macht das mal einer hier oben. Ich hab' keine mehr. Hier. Ist markiert. Hier oben. Markiert und gesaved und abgeladen. Ist auf jeden Fall sehr wichtig da oben, weil ich glaube kaum, dass sie jetzt einen Termite nehmen, oder? Ist der noch einer hier oben? Ja, weiter hinten, ne? Ja, ja, ja. Hier irgendwo, ne? Ja, hier oben, hier. Hier sind noch Leute. Hier. Die Drohne der Gegner hat den... Ich weiß nicht, ob ich... Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden... Dann willst du die aufmachen, sicher? Ja. Okay, wenn der Meister das sagt, ne? Äh, ab zum Raum, Leute. Nicht vergessen. Und Tobi, was sagst du? Bis jetzt ist da noch nichts, ey. Okay. Everything is safe right now. Alright, Mage. Wo war das? Äh, das ist hier. Das haben wir aufgemacht, ne? Die haben Gläs, ne? Da kommt auch einer. Ganz ruhig Curry auf den Kopf ziehen, dann geht das, ey. Der Gläs, die ganze Deckung sucht. Ah, da ist noch einer? Boah, jetzt hat er... Alter, das gibt's nicht, ey. Unfassbar. Hier ist, äh, relativ leer, Leute. Hier kommen zwei Stück. Ja, brennen sich durch. 2-3, komm hier. Ja, ich bin eingekasselt. Das Raum ist frei. Ja, ich bin das Visier, pass auf, ey. Boah, kannst du mich wiederbeleben? Ne? Ja, halt jetzt super. Wom belegst du mich hier nicht erstmal? Boah, alter krass. Hä, wo kam der denn jetzt? Der kam jetzt von rechts. Alter, WTF. Du sollst ja gar nicht aufstehen, die, oder? Wenn ich da auf ist, dann wäre ich super tot. Wie, du hättest doch es mir klicken können, die. Ja, das muss hin. Ah, die sind da alle. Alles klar. Nice. Nice. Du musst rein, Dennis. Ja, ich kann nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Weg hoch. Oh, was? Schade, schade, schade. Ich hätt' anvisieren müssen. Ash ist zu stark, du kannst echt nicht töten. Na gut, du warst auch schon gut angehtet. Ja, aber guck mal. Ich hätt' anvisieren müssen, Alter. Ich hätt' das geschafft, weil der Views wär' oben gewesen. Oh, Mann, Alter. Ja, Mann, Alter. Der Views sah 100% oben. Ja, das war schon spannend, ne? Das stimmt, ey. Er ist so ärgerlich. Natürlich. Das hätt' er einfach nur anvisieren müssen. Ups and Downs gehören dazu. Hey, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Rainbow. Macht's gut, Leute, ciao. 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 Ich bin echt schon zusammen.